So, eine Woche ist rum, die Abstimmung ist gelaufen und ich weiß, wer der nächste Hasenpate wird. Hasi wird weiterziehen, er träumt schon wieder vom Motorradfahren, er macht jetzt gerade noch ein bisschen Pause auf der Lego BMW R1200 GS und ich weiß, wer der nächste Hasenpate wird. Es wird bei BMW bleiben, es wird bei 1200 Kubik bleiben, aber es ist halt keine GS, denn es geht nach... Musik genau es geht nach dortmund zum gummiente und seiner r 1200 rt so und hasi wird auch ein paar präsente für die vanessa mitbringen die hasen paten und zwar erstmal von mir ein paar aufkleber dann da wir ja fahrradstadt sind eine wunderschöne fahrradklingel mit bocholz schriftzug damit kann sich die vanessa ordentlich bemerkbar machen bei der fahrradklingel zufällig dabei waren ein paar postkarten die lege ich natürlich mit dabei hier auch mit unserem stadtmaskottchen dem meckermann und dann möchte ich noch mal danke sagen an hornet on tour für die andere hasen überraschung den werde ich mir gleich schmecken lassen hasi ist also doch kein kannibale ja und dann sage ich einfach mal vielen dank fürs zusehen kurze info die vanessa ist umgezogen neue adresse habe ich aufgeschrieben und dann sage ich einfach mal ciao hasi schicke ich montag los und wir sehen uns bis zum nächsten mal und dann sage ich mal